Musik Hi, ich bin Leon und ich mache hier gerade mein duales Studium. Ich habe mich für das duales Studium entschieden, weil ich hier extrem viel lernen kann. Im Betrieb arbeite ich sehr praxisnah und der theoretische Teil wird von der Hochschule abgedeckt. Diese Kombination macht es einfach kurzweilig und spannend. Bei uns ist jedes Projekt real. Wir arbeiten an echten Herausforderungen und Lösungen, die dem Unternehmen weiterhelfen. Und das eben schon als dualer Student. Das erfordert viel Eigeninitiative. Neue Sichtweisen sind gern gesehen und ich kann sofort viel Verantwortung übernehmen. Hier kannst du die Zukunft aktiv mitgestalten, auch deine ganz eigene. Es ist total wichtig, dass man das ganze Unternehmen und die Abteilungen richtig kennenlernt. Letzte Woche war ich zum Beispiel im Messlabor. Diese Woche geht es dann ab zum Computertomographen. So erfährt man alles über das Unternehmen und die Mitarbeiter und jeder hat immer ein offenes Ohr für meine Fragen. Warum Woodward-Lorange? Ein sicherer Arbeitsplatz, sehr gute Übernahmeschancen und ein einzigartiges Arbeitsklima im Betrieb. 35-Stunden-Woche, tarifgebunden und ein abwechslungsreiches Gesundheits- und Sportprogramm. Hier bekommst du das Komplettpaket. Hast du Lust auf ein richtig tolles duales Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau oder BWL? Dann komm zu uns ins Team und gestalte mit uns deine Zukunft.